Servus, Leute! Willkommen zurück zu Apes Exodus! Schnell, 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 schnell! Schneider! Oh, danke, 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 danke! So, jetzt kann ich anständig begrüßen. Servus, Leute! Willkommen zurück zu Apes Exodus! Ja, der nächste Part meiner langen Ape-Nacht. Mittlerweile vier Uhr morgens. Ich habe jetzt, glaube ich... Ah! Ich habe jetzt, glaube ich... Oh! Vier oder fünf Ape-Folgen aufgenommen. Oder noch mehr. Ich glaube, das hier ist die fünfte. Aber ist ziemlich geil. Ja! Oh, das war knapp. Nein! Ohohoho! Was? Oh mein Gott! Das ist alles so knapp hier. Auf jeden Fall macht mir Ape immer mehr Spaß. Auch wenn es irgendwie hart ist. Ach nee! Ach nein! Moment, hier ist nichts zum verhindern. Ich kann das Teil jumpen. Ja, ja, Junge! Ja, verpiss dich. Das kommt ja wieder! So schnell? Los, hau ab! Er ist schon wieder da! So, jetzt kommst du her. Hilfe! 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 War das schon wieder ein Bug? Geil! Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht gesprennt. Schieß doch! Scheiße! Oh, da kommt ein neuer! Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Ich mag die Slicks total! Du auch! Noch irgendwas zum Zerstören? Ja! Dahinten ist so ein Ape Wanted Schild. Sie wollen alle Ape! Nein! Mann! Noch einer, komm her! Was? Hilfe! Hilfe! Nein! Ich bin, glaube ich, langsam wieder ein bisschen überdreht. Aber das... kommt von der Müdigkeit. Kannst du aktivieren? Ja, kannst du. Was bin das da? Ah! Ich... Bödel. Was? Hilfe! Hilfe! Nein! Von... Von den ganzen Ape Parts, die ich bisher gemacht habe, habe ich nur einen einzigen gerendert. Oder ne, ich habe zwei gerendert, aber nur einen hochgeladen. Och, Mann! Wie soll's da hochfliegen? Mann! Wie soll's da hochfliegen? So, und jetzt noch das Teil. Moment. Ja, stimmt. Muss ich das Teil noch loswerden? Achso, ne, muss ich gar nicht. Weißt du was? Kannst mich mal. So. Schön. Schön. Ich habe einen ziemlichen Run. Oh nein! Okay, der eine ist abgehauen. Nein! Ihr habt mich nicht gesehen. Was ist denn das da schon wieder? Hau ab! Ja! Warum bin ich auch so blöd? Ich hätte schleichen sollen. Ich hätte schleichen sollen. Naja, ich habe gequicksafed, also so schlimm ist das nicht. Ich habe Safe Stats benutzt. Ja, ich bin der uneinhafte Wolf, ich nutze Safe Stats. Mann! Soll ich da vorbeikommen? Langsam schmerzt mein Nacken. Kann ich mich da oben hinhangeln? Ja, kann ich. Äh, nur was muss ich jetzt tun? Kann das aber jetzt springen? Äh, ja, aber ich werde erschossen. Au, mein Nacken tut weh. Vielleicht werde ich nach dieser Aufnahme hier komplett aufhören. Also mit der heutigen langen Eidnacht. Mein fünf Folgen sind doch wohl mehr als genug in einer Nacht. Die Nacken holen ja auch ein paar Gangaden. Ich bin der Nacken. Es ist da weg. ZDK. Sie ist da weg. Ich bin der Nacken. Die Nacken schmeht. Ich bin der Nacken. Wenn wir das hier fragen, ein paar Geysaus. Nein, der eine hat mich gesehen. Den habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Mist. Das war nicht besonders schlau von mir. Hm. Ich habe früher gedrückt, aber Abe hat das Teil nicht früher gegriffen. Ich werde gerne wissen, was das überhaupt ist. Nimm es. Was ist das überhaupt? Eine Mine. Moment, erschieß mich mal. Es ist cool, dass es eine Mine ist. Oder eine Granate. Habe ich das Teil jetzt schon? Ja. Nein. So, ihr sterbt mit, ihr Säcke. Ich werde mal was versuchen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, beim sechsten Piepen explodiere ich. Das muss ich jetzt timen. Genauso wie bei Halo, die Granaten. Aber die Halo-Granaten beherrscht ich wesentlich besser als das Teil hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Er schießt mich mal. Ich muss einen der beiden Flicks losbekommen. Nicht dich runterhangeln, du Idiot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da schießt er jetzt auch noch ganz in die Ecke. Ich stehe neben dir. Danke. Was sind das für Aktionen? Ich stehe direkt neben dem Slick und der merkt es nicht. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, einer ist weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Irgendwem hat es erwischt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja gut, das war zu weit weg. Jetzt habe ich zum Glück mehr als genug Versuche. Moment, versuchen wir es mal von da aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hat offensichtlich nicht getroffen. Ne, so weit kann ich nie im Leben schießen. Du sollst nicht hochtraxeln. Du sollst dich festhalten. Ja, Mann. Ne, da. Ne, da. Ne, da. Ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Yeah, Herr. Alles in Zitou und du da, du da. Ne, ich kann absolut nicht sehen. Ja, der hanget sich automatisch hoch. Schade. Dredel, dredel, dredel. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann sich Abe auch mal zur Wehr setzen. Wie lange das Spiel jetzt wohl noch gehen mag? Ich habe schon locker über 30 Parts. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe nicht auf die Parts halt geguckt, wie viel ich habe. Oh. Freiwillig in diesem Block ist klar. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich sehe keinen Fugelkreis. Ich traue der Sache nicht so ganz. Ich glaube, ich hole erst mal die anderen nach oben. Geht ins Sorge noch schnell. Nein. So geht es. Moment. Moment. Nein. 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 Ja, ich bin grad still, weil irgendwie dieses Uuuuuh. Was soll das? Ja, ich könnte euch töten, wenn ich wollte, aber nee. Warum kann ich da nicht rausgehen? Oh, so den Fahrstuhl. Ich will da stehen bleiben. Dann geht das nicht. Ich kann da nicht stehen bleiben. Was ist denn das für ein Bug? Warum kann ich da nicht stehen bleiben? Was soll der Schmafu? Wo zum Geier ist der Vogelkreis? Ja. 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 Ja, so geht das hier auf. Aber das bringt mir rein gar nichts. So, jetzt sind wir alle da. Lass los. Ja gut, wenigstens ist der Vogelkreis. Warum kann ich da nicht andocken? Das geht einfach nicht. Ach, ich bin doch so ein Hornochse. Ach, bin ich blöd. Und dann schüttelt der nur. Ja. Okay. 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 Raus mit euch in die Freiheit. Ihr müsst nicht mehr traurig sein. Hehehehe. 149. Ich habe fast die Hälfte. Wow. Und ich werde immer müder und immer müder und immer müder. Ist nicht ganz so geil, dass ich müde werde. Es ist ja auch fast halb fünf Uhr morgen. Irgendwann muss ich müde werden. Ach du Scheiße. Plan. Ich lese mir aus dem Plan. Schießplatz, Kriegszimmer, Trophäenzimmer, Slug, Kojen, Wodaken, Arbeiter, Campus. Oh ja. Das kann was werden. Das kann was werden. Das ist ja auch fast die Hälfte der Welt. General Trippig erklärt den Ausnahmezustand. Diese dämlich albernen mutarkischen Fleischscheibchen werden bald merken, wen sie vor sich haben. Wir greifen uns diesen Ape und Nasa ab. Oder mein Name ist, äh, 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 na, Trippig, so ist es, äh, ja, das wusste ich. Mit Unterstützung von Malox Mundcreme, schlucken statt spucken. Mundcreme, schlucken statt spucken. Oder mein Name ist nicht, oder mein Name ist nicht, äh, 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 Trippig, so, Trippig, ja, ja, das war's, Trippig. Wusste ich doch. Der Humor ist irgendwie echt geil von dem Spiel. Aber ich glaube, ähm, ganz im Ernst, ich habe jetzt genug Ape aufgenommen, denn ich werde nicht nur müde, sondern ich habe heute auch schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Oder besser gesagt, ich habe Ohrenschmerzen und genau zu sein vom linken Ohr und irgendwie gibt es deinem Kopf so ein Seitenstechen dann. Weil das Ohr eben weh tut und, ja, dadurch habe ich irgendwie Kopfschmerzen. Es ist doch nicht so schlimm, aber es nervt mich mal. Gut. Dann würde ich sagen, das war Oddworld. Apes Exodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde nochmal speichern, weil ich's kann. Werd nochmal sagen, einen Quicksilfe machen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch. Und wir sehen uns die nächsten Mal wieder. I was just. Wir sehen uns das. Wir sehen uns das. Wie sehen uns das. dos. Das. Und das. Und da sehen uns das. unter and movie. Vielen Dank.